Thanksgiving in den USA ersetze ich dieses Jahr mit einer Schlachtplatte. Und zwar eine Schlachtplatte in Bad Brückenau, wo ich immer kurz, bevor ich wieder nach Hause fliege, nach einem halben Jahr, mich eine Woche oder zwei rumtreibe. Und die Schlachtplatte, die hier in Bad Brückenau, hat es in sich. Denn Metzgermeister Ruppel serviert sie in seinem Gastrolokal. Ein tolles Lokal mit kulinarischen Highlights. Und dazu gehört natürlich die Schlachtplatte. Leider war der Sudkessel schon weg, aber man sieht es gleich, was ich unter Schlachtplatte verstehe und was die Kultur auch ist, was dieses Essen betrifft. Schon in frühester Kindheit wurde ich mit meinen Eltern zu Schlachtplatten geschleppt und habe sie liebgewonnen. Es gibt kaum ein Teil außer Innereien, die ich nicht mag. Und so auch heute in Bad Brückenau eingenutzt. Und die Schlachtplatte, die hier in Bad Brückenau, hat es in sich. Der Druthahn kann mir heute gestohlen bleiben. Denn die Schlachtplatte, das ist das, was ich einfach in Amerika ein bisschen vermisse. Und dann hat es dir immer noches Ende hin. Untertitelung des ZDF, 2020